Du verstehst das Spiel einfach nur nicht. Ach verrückt. Du willst immer nur mit Zombie-Sex haben, mehr willst du da nicht. Ja. Ja. Sind wir wenigstens schön weich. Bäh. Schon von ner Verwesung. Ja, so mit Hallo jetzt willkommen bei Let's Play Zombie-Sniper Elite 2 mit dem Da-der-Meinwilligkeit. Hallo. Jetzt muss der Teil noch fortverhandelt werden. Ja. Bist du sicher. Das dauert hier wieder, ey. Da dauert hier wieder. Hier, ich muss ja das ein bisschen in die Länge ziehen, weil wir werden ja wegen der hier gleich wieder beknallt. Einmal mit Profis arbeiten, ne. Das kannst du dir doch ja nicht leisten. Erstmal Munition mitnehmen wollen. Da rennt er wieder. Weg mit Munition, ist ja langweilig. Ja. Überbewertet. Naja. Mach ich jetzt immer wieder. Mach ich jetzt mal wieder alleine. Auch die Tüge geht nicht auf, ne. 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 Hä? Du bist ein Lappen. Du bist ein richtiger Lappen, ne. Hey, hier, ne. Guck mal, es hat dieselbe Idee wie ich. Nö, Kopfst du nur nachgemacht. Ja. Ich steh wenigstens da zu. Zumindest das ist eins, was steht. Trotzdem trenne ich hier nix. Das ist cool, als ob da oben die Sack gewandt wäre. Ja. 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 Ich hab' da feeling. Ja. Ach, nicht da schon wieder hier. Ach, laufen wir eh nur hinter dir her dann. Ja, vielleicht rennen sie ja diesmal hinter dir her und ich werde nicht schießen, weil du so frech bist. Wie ist eh das hinter mir her? Du bist erhorcht. Warum kommen die nicht? Komm doch. Aha. Ja, schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch. Ja, fein. Fass. 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 Ab ihn dir. Der ist schön lecker und zart und krisprig. Ja. Zart und knusprig. Watte Kombination. Naja, erstmal knusprig und dann zart. Ja. Mein rechter, naja. Rechter, roten ist so knusprig und der linke, der ist zart. Ne. Außen knusprig, vorm Dreck und innen zart. Bäh. Von der Verwesung. Das ist aber wirklich geil. Ja, geht ruhig zu ihm, ja ja. Der Vorteil ist, du kannst ja dein Rohr abknallen. Ja, aber wirklich. Das sei halt nicht gut, natürlich jetzt sterben, das sei natürlich schlecht, dann werden sie jetzt alle hinter dir her. Ne, warte, die kommen alle zu mir. Ja, aber verkleber. Nein. Dann willst du irgendwie rotzvoll rein. Nein. Eigene Granate? Nein. Hast du aber noch 40 Sekunden keinen Stress. Ja, Problem ist nur, ich kriege es selber gerade. Ja, die zwei, die zu dir kommen, höh, das Problem ist, ich werde angefixt hier. Und bei mir kloppen sie fünf, fünfzehn Stück drauf. Wie ne Bum? Ja, einmal mit Profis arbeiten. Fünfzehn Sekunden übrigens nur noch. Du kannst mich ja wiederbeleben, die kloppen ja auf mich rum. Schnell, 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 drei, zwei, eins. Easy, Mann. Endlich. Tut er hier wieder so, als... Ah. Ist ja auch nicht der Weg. Na, na, na. Hätte ich mich nicht geopfert, wäre er mir so mit draufgegangen. Boah, im Laufen. Jo, geil, Ding. Hast du gar nicht getroffen. Ich will halt. Ich habe ein Video bewollt. Einer? Was? Und du schallst den? Genie. Was? Wollt. Was? Laufen. Was? treffen wir ja mal eine schöne sache ja dann macht das mal langsam ach wozu ich will lieber ein bisschen spannend machen ja ja schnauze voll hier deiner Inkompetenz ne bam bam übrigens hinter dir und vor dir hihihi 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 nur jetzt auch mal richtig hier jetzt. WTF? Ich komme nicht weg. Was war das? Ho, 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 ho! Du machst halt schon. Ja, klar. Ja, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal, ne? Eure Nubigen, so, bis vorhin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, und wir wieder vor mir ist, an! Ja, nein, nein, nein.